Hallo liebe Naturfreunde und herzlich willkommen zu Natur entdecken, dem Kanal für Naturinteressierte, die mehr erfahren wollen über unsere heimische Pflanzen- und Tierwelt und unsere heimischen Ökosysteme. Mein Name ist André Granart und ich bin Fotograf von Beruf. Bereits von Kindesbein an habe ich es geliebt, durch Feld und Flur zu streifen und die Natur zu entdecken. Später dann kam die Fotografie für mich hinzu und das war für mich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das, was ich draußen entdeckt habe, auch festzuhalten und mit anderen zu teilen. Inzwischen habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin also Fotograf und fotografiere hauptsächlich für größere und kleinere regionale Firmen im Businessbereich. In meiner Freizeit allerdings kehre ich immer wieder gern in die Natur zurück, um mich dort zu erholen und natürlich um dort immer wieder neue Entdeckungen zu machen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich auf meinen Streifzügen durch die Natur begleiten und wenn ich Sie dazu animieren kann, selbst einmal hinaus zu gehen und unsere wundervolle Natur zu entdecken.